General Hui! Hallo! Alles klar bei dir? Ja fahr ruhig alle in die Mitte, kein Problem. Kein Thema. Da fahr ich auch nicht ganz alleine da rechts hin, würde sich auch nicht halten. War nicht von uns die Besprechung? Achso, wie meinst du jetzt war nicht von uns? Es stand doch da klar zum Besprechen, Melden oder sowas irgendwie in der Art oder? Oder sehe ich das falsch? Zwei Wochen Urlaub ab heute, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, freut mich auf euren Urlaub. Ich hoffe doch, dass ich mal meine Termine für die nächsten Fahrstunden kriege. Damit ich dann mal endlich weitermachen kann. Die war von unserem Bruder-Clan. Haben wir einen Bruder-Clan? Achso, von, von, vom Zweit-Clan. Okay. Bei den hab ich doch gar nicht getroffen. Ich hab doch voll daneben geschossen, also wie die Kugel dann noch auf den Gegner geflogen ist, sah ein bisschen lustig aus. Das war wirklich wie bei Wonted hier. Habt ihr gesehen, was die für einen Bogen gemacht haben? Die ist gerade ausgeflogen und dann ist er nach links gefahren. Was einfach... Das wäre wie bei Battlefield 4 hier. Mit Anvision. Wahrscheinlich. Ja versteh nicht? Oh 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 oh... Ach ich hase diesen FV. Hm? Ah, gefallt. Das ist waagerechtige Ballistik, auch Bananenflanke genannt. Ach so, red nicht schau, hallo. Für den Rest des Jahres bleiben da noch zwölf Tage über. Wie meinst du jetzt? Ach so. Hansefisch, schmollen, hallo. Ach, wegen dem Urlaub, meinst du? Ja, man kann ja halt nicht alles haben, oder? Das ist ja nun mal so. Ich fahr mehr hinten lang, muss ja hin, ob das was bringt. Kato, was brauchst du hier schon wieder für ne Scheiße? Hier raschelt doch schon wieder irgendwas. Oh, wie ist das gerade so ne richtige Lala-Runde? So Lala. Aber das verstehe ich nicht. Der ist wieder nach hinten gefahren und dann gehe ich erst auf. Das ist auch geil. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. So ein bisschen. Tiger 2 ist da hinten. Guck mal, Löwe ist auch offen. Also richtig genauer ist das Ding auch nicht. Unglaublich. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ohuh. Gut, dass ich den da entbrannt geschossen habe. Das wäre ich wahrscheinlich voll am Arsch gewesen. Hat einer eventuelle Ergebnisse von gestern Abend? Schrauber, hallo! Ich will auch eine Gaming-Katze. Äh, Ergebnisse von gestern Abend, bitte mal posten, wer die Ergebnisse hat. Wie gesagt, ich habe es nicht geguckt. Hat der FCM wieder zurück? Der Löwe ist wieder da? So, ein Freund. Alles klar über dir. Auch mal wieder da. Das war's. Ja, fang du den. Oh, du bist doch ein Penner. I don't know. Hallo. Guten Morgen. Oh, jetzt durfte ich den nicht penetrieren, Alter. Na ja, haben wir doch noch sechs Käse raus gemacht. Oh, Panzer ist auf dem SCA 2. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. 3.399 Damage. 83.000 Credits. Vorsichtig, hatte ich auf dem Show eine paar...